Hallo, mein Name ist Max von der Wippel, ich bin Center bei den Uni Riesen in Leipzig und Basketball wird grün. Max, du bist jetzt in der 12. Klasse, gerade sind deine letzten 6 Wochen Sommerferien vorbei. Wie hast du die denn verbracht? Also die ersten 3 Wochen war ich meistens mit Freunden unterwegs, im Urlaub gewesen, relativ entspannt, Saison ausklingen lassen und die letzten 3 Wochen ging ja schon das Training wieder los und langsam wieder den Körper in Form gebracht sozusagen. Ja, das Abitur steht kurz bevor, Schule und Sport, wie schaffst du eigentlich diesen Spagat? Das wurde mir schon oft gefragt, aber ich versuche die Zeit so zu nutzen, dass ich auch im Bus lerne neben der Schule und möglichst schnell zu Hause bin, fix was esse, Hausaufgaben mache und das lerne halt eher auch vor und nach dem Training, um so kurze Etappen zu verschieben. Auch wenn jetzt vielleicht deine Eltern oder Lehrer das Video sehen werden, was kommt zuerst, Schule oder Basketball? Eigentlich schon die Schule, das ist schon wichtiger. Ich versuche natürlich den Spagat gleich zu behalten, dass ich beides in Einklang bringen kann. Nehmen deine Lehrer da irgendwie Rücksicht oder ist das denen relativ egal, dass du ja schon einen ziemlich straffen Trainingsplan hast? Naja, sie wissen Bescheid und respektieren das auch, wenn ich mal sage, ja, ich habe mal die Hausaufgaben nicht gemacht, ich werde es aber nachholen und so, also sie wissen das schon. Das ist also auch tolerant? Ja, kann man schon sagen. Wie sehen deine Mitschüler deinen straffen Trainingsplan und dein sportliches Engagement? Also ich respektiere mich auf jeden Fall, dass ich das durchziehe und frage mich halt immer, wie du das halt schaffst, neben der Schule dann doch relativ gut in der Schule zu sein und unterstütze mich auch und frage, wann ich die nächsten Spiele habe und so, wann sie mal vorbeikommen können, weil ich ja mit vielen auch zusammen Basketball gespielt habe in dem vorherigen Verein. Du hast eine Spielberechtigung für die erste und für die zweite Mannschaft. Wie siehst du deine Rolle im Team? Ja, eine kleine Rolle, so als kleine Außenseiter, als Youngster, versuchen möglichst viele Minuten abzugattern und sagen wir mal, die Profis sind in Anführungszeichen die großen, ein bisschen zu ärgern im Training. Ja, also dafür wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Du gehörst zum erweiterten Jugendnationalkader, hast schon mit Bundestrainer Dirk Bauermann trainiert. Wo liegt der Unterschied in einer Trainingseinheit mit Bauermann oder auch hier mit Dimitris Bollekoniatis oder Sebastian Neuhäuser? Also für mich ist das dann, wenn dann nur die Anspannung, dass halt was Neues ist, ein besonderer Trainer ist, aber sonst versuche ich in jeder Trainingseinheit alles zu geben und so viel zu lernen, wie man nur kann. Was hast du für dich schon aus den Trainingseinheiten mit dem Bundeskater mitgenommen? Das ist eine schwierige Frage an sich, dass man halt versuchen muss, bei jeder Übung gerade in der Nationalmannschaft alles zu geben, weil doch mehr der Blickfeld auf einen gerichtet ist als hier. Und sich dadurch mehr anzustrengen und versuchen dann doch auch gegen die Älteren gut auszusehen. Was wäre so dein basketballerischer Wunschtraum? Dann halt mich möglichst in der Mannschaft zu integrieren und vielleicht doch mit der Nationalmannschaft mal in der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft spielen zu können. Und ja, wenn es mit dem Basketball jetzt vielleicht doch nicht so klappen sollte, welchen Plan B hast du? Na, dann auf jeden Fall studieren oder eine Ausbildung machen und möglichst einen guten Weg im Berufsleben einzuschlagen. Hast du schon was im Kopf, was du gern machen würdest? Noch nicht wirklich. Ja, was hast du dir persönlich für die kommende Saison vorgenommen? Auf jeden Fall weiterzuentwickeln, weiter Erfahrung zu sammeln. Dann halt doch die Spielzeit, also gerade in der zweiten Mannschaft möglichst ein Leistungsträger vielleicht zu werden, wenn ich es schaffe, ich weiß es ja nicht. Und auch hier in der Mannschaft Minuten zu ergarnen. Der Slogan der Uni Riesen heißt Basketball wird grün. Was verstehst du unter diesem Spruch? Ich verstehe darunter, dass wir als Mannschaft den Basketball gerade in Leipzig und in Sachsen weiter voranbringen wollen, berühmt machen wollen und vielleicht mit der Farbe grün auch Leipzig repräsentieren. Weil Basketball gerade der USC hat ja schon immer die Farbe grün gehabt. Max, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für alles, was in der kommenden Saison auf dich zukommt, natürlich auch in schulischer Hinsicht. Musik 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 Musik